Fischer und Gräser aus dem Sektor! Extrem gut! Also wenn man auf so Fischer-siche, coolen Park, schön glichen kriegt, dann suchen wir es auch gescheit ausprobieren. Das Wetter ist nicht so extrem schlecht. Ja, Wissenverhältnisse sind relativ wazig. Es ist zwar ein bisschen näblig, aber es tut eigentlich schon zum Fahren. ન Untertitelung des ZDF für funk, 2017